Die Jungs von der Cutler School in Sheffield dürsten nach Wissen. Und jetzt zur Lyrik in einer traditionelleren Form. Oh Gott! Sie lieben die schönen Künste. Beides Schwuchtel. Sie sind geografisch interessiert. Niemands Land. Aber sie glänzen in Geschichte. Geschichte? Das ist doch nur eine Scheißsache nach der anderen. Hau ihm eine! Und sie sind bereit, die höchsten Hürden zu nehmen. So gute Noten hatten Schüler bei uns noch nie. Sie wollen alle unbedingt nach Oxford. Hoffnungslos, nein. Sie sind klug. Du ranziger kleiner Scheißer. Aber grob schlechtig. Sie haben wirklich eine Scheißschrift, Sir. Nein, dein Sehvermögen ist scheiße und wir wissen auch warum. Fox Searchlight zeigt, Wir haben jetzt die geringste Chance. Warum machen wir uns die Mühe? Eine Geschichte, die beweist ganz gleich, wo man herkommt. Scheiße kann man nicht kultivieren. Man muss an sich selbst glauben. Ich bin klein. Ich bin nicht gut bei Prüfungen. Ich verstehe leider nicht alles. Und ich lebe in Sheffield. Wir sind im Arsch. Vom Oscar-nominierten Autor Alan Bennett kommt eine Komödie, die Geschichte schreibt. Alles Wissen ist kostbar. Nehmt es, fühlt es und gebt es weiter. Dieses Spiel sollt ihr lernen. Gebt es weiter. History Boys French Kiss. Ich muss doch bitten. Newmarket 15 Uhr. Demnächst im Kino. Süd. Süd chợ. . Untertitelung des ZDF, 2020